Die mündlichen Fragen auf Drucksache 19 10.040 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Die Frage 40 der Abgeordneten Ulla Jelpke wurde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren für Bau und Heimat zugeordnet und wird nach Frage 29 aufgerufen. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit. Zur Beantwortung steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Florian Pronold. Ich rufe auf die Frage Nummer 1 der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, Bündnis 90 Die Grünen, zum Thema radiologische Belastung von Mensch und Umwelt durch nuklearmedizinisch bedingte Ableitungen. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kollegin, Ableitungen aus nuklearmedizinischen Einrichtungen müssen von Betreiber überwacht und die Ergebnisse der Überwachung grundsätzlich jährlich der zuständigen Landesbehörde übermittelt werden. Zusätzlich hat die Behörde zukünftig die erhaltene Körperdosis einer repräsentativen Person aus Ableitungen auch aus nuklearmedizinischen Einrichtungen jährlich zu ermitteln, sofern die effektive Dosis aus dieser Ableitung 0,1 Millisievert oder mehr im Jahr beträgt. Diese Regelung wird entsprechend einer Übergangsvorschrift der neuen Strahlenschutzverordnung zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Mit der neuen Strahlenschutzverordnung umliegt die messtechnische Überprüfung der Messungen des Betreibers alleine dem Bundesamt für Strahlenschutz. Nach Kenntnis der Bundesregierung findet in den Niederlanden die Radiotherapie generell ambulant statt. In den anderen angrenzenden Nachbarstaaten von Deutschland erfolgt die stationäre Aufnahme des Patienten bei der Behandlung von Schilddrüsenkrebserkrankungen für eine Dauer von mindestens zwei Tagen. Bei der Behandlung gutartiger Schilddrüsenerkrankungen kann eine Therapie bis zu jeweils festgelegten Höchstaktivwerten ambulant durchgeführt werden. Das ist ja wichtig für die Frage möglicher Ausscheidungen mit nuklearem Inhalt. Ich sehe, es gibt auch eine Nachfrage. Ja, die gibt es. Dankeschön, Herr Präsident. Ja, lieber Kollege Prolold, wir haben jetzt das gleiche Spiel wie schon mal, als ich Sie mit dieser Frage schriftlich konfrontiert hatte und da auch die Antwort nach den Rechtsgrundlagen bekam, nach denen ich aber nicht gefragt habe, ob es Rechtsgrundlagen gibt, sondern ich habe ausdrücklich gefragt, ob es einen belastbaren bundesweiten Überblick über die tatsächliche radiologische Belastung von Menschen und Umwelt aufgrund von Radionuklidtherapien gibt. Diese Frage haben Sie mir jetzt auch wieder nicht beantwortet, deswegen frage ich jetzt in meiner ersten Nachfrage noch mal konkret nach. Gibt es einen solchen belastbaren Überblick oder gibt es den nicht? Also grundsätzlich werden die Ergebnisse der Überwachung der Betreiber von nuklearmedizinischen Einrichtungen nicht wie bei kerntechnischen Anlagen zusammenfassend dargestellt. Dies ist mit dem neuen Strahlenschutzrecht auch nicht vorgesehen, jedoch wird nach der Übergangsfrist ab dem 1. Januar 2021 innerhalb des Einwirkungsbereichs mehrerer Emittenten durch die Landesbehörde ihr Zusammenwirken bei Verdacht einer Verletzung des Grenzwerts der Bevölkerung von einem Millisievert effektive Dosis pro Jahr erfasst und bewertet. Damit wird dann aus Sicht der Bundesregierung eine entsprechende Übersicht dann auch vorliegen. Frau Köttinger, Sie haben eine weitere Nachfrage. Ich hatte ignoriert, dass Sie mir erst das Wort erteilen müssen. Entschuldigung, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, das verstehe ich aber richtig, dass Sie im Moment nicht ausschließen können, dass es Lücken gibt, die in insgesamt größerem Ausmaß vielleicht da sind und dass die Gesamtbelastung aus den einzelnen Ableitungen vieler radiologischer Behandlungseinrichtungen in Summe ein Problem darstellen kann. Zum Beispiel vermuten wir auch, dass nicht jede Praxis, die nuklearmedizinische Behandlung anbietet, über eine ausreichende Filteranlage verfügt. Würden Sie mir zustimmen, dass Sie im Moment diese Lücken nicht ausschließen können? Also wir haben im Rahmen der Überwachung der Umweltradioaktivität J131, das auf nuklearmedizinische Anwendungen zurückgeführt wird, in einzelnen Proben mit geringer Aktivitätskonzentration gemessen. Dabei handelt es sich typischerweise um Proben der bodennahen Luft, des Oberflächenwassers von Abwassern und Klärschlamm, sowie Abfällen aus Verbrennungsanlagen in Einzelfällen, wurde auch das sehr kurzlebige Technetium 99M in Klärschlamm nachgewiesen. Die Jahresberichte Umweltradioaktiv und Strahlenbelastung geben nähere Auskünfte, um das dann auf den Punkt zu bringen. Damit ist auch klar, dass man nicht komplett ausschließen kann, dass es vereinzelt zu solchen Emissionen kommt. Aber die Umweltberichte legen nahe, dass es kein sehr großes Phänomen ist. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir kommen damit zur Frage 2. Der Abgeordnete Sylvia Kotting-Uhl betreffend grenzüberschreitende Beteiligung Deutschlands an den strategischen Umweltprüfungen für die mehrjährige Programmplanung Frankreichs für Energie. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Die Bundesregierung hat durch ein gemeinsames Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, sowie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit vom 24. Januar, dem französischen Minister für den ökologischen Wandel und Beteiligung bei der strategischen Umweltprüfung zum französischen mehrjährigen Programmplanung für Energie gebeten. Begründet wurde das damit, dass das französische Programm für Energie die weitere Nutzung von Atomkraftwerken einschließt und daher auch potenziell erhebliche Umweltauswirkungen für Deutschland zu befürchten sind. Mit Schreiben vom 23. April 2019 hat das französische Ministerium dem Bundeswirtschaftsministerium Informationen zu dieser Programmplanung für Energie entsprechend einer SUP, also einer Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Verfügung gestellt. Die Bundesregierung prüft allerdings derzeit, ob die von Frankreich zur Verfügung gestellten Informationen den Anforderungen der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung genügen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat auch Frankreich einen englischen Text aufs Internet gestellt. Das entspricht allerdings nicht den Umweltverträglichkeitsprüfungen und deswegen prüfen wir jetzt genauer die Informationen, die uns bilateral übermittelt worden sind. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Kottiguli. Ihrem Gesichtsausdruck nehme ich. Sie haben eine Nachfrage. Ihre Interpretationsgabe täuscht Sie nicht. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, Herr Staatssekretär, das ist erfreulich. Also freut mich wirklich, dass das unternommen wird von Seiten des Bundesumweltministeriums aus. Was ich jetzt nicht ganz genau verstanden habe, ist zum einen, ob die Öffentlichkeit Deutschlands da auch einbezogen werden soll in die SUP oder ob es lediglich eine Sache von Regierung zu Regierung ist. Also ich finde, in diesem Fall muss auch die Öffentlichkeit einbezogen werden. Ihr muss das Recht auf Beteiligung da gegeben werden. Und in dem Zusammenhang dann auch gleich, weil Sie eben schon erwähnten, dass die Information auf Englisch zur Verfügung steht, öffentlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wer für eine Übersetzung sorgen würde und vielleicht auch in welchem Zeitraum, falls das schon bekannt ist, diese Beteiligung stattfinden soll. Also wir haben ebenfalls in dem Schreiben vom 24. Januar 2019 betont, dass die deutsche Öffentlichkeit und nicht nur die Regierung ein Recht auf Information hat, weil ja auch potenziell Einwendungen und Stellungnahmen dann auch aus der Bevölkerung an die zuständigen Behörden zu richten sind. Wir sind mit Frankreich immer noch im laufenden Kontakt, um diese Umsetzung, also auch der deutschen Öffentlichkeitsbeteiligung, zu gewährleisten. Ich kann allerdings da noch keinen genaueren Sachstand übermitteln, gehe aber davon aus, dass wir das dann kundtun, sollte sich etwas ergeben, was dann auch auf Ihre weiteren Fragen abzielt. Sie haben eine weitere Nachfrage, Frau Kollegin Kottigur. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Auch diese Antwort, Herr Staatssekretär, finde ich erfreulich. Vielen Dank dafür. Eine letzte Frage. Würden Sie, analog wie das Luxemburg jetzt noch macht, eventuell Beratungsaufträge an die GAS, also die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit und auch an die Reaktorsicherheitskommission geben, zu den sicherheitstechnischen Problemen, eine Laufzeitverlängerung der französischen AKW, die geht ja immerhin über 40 Betriebsjahre hinaus. Falls Sie das nicht vorhaben, würde mich interessieren, warum nicht. Ich hoffe aber auch hier auf eine erfreuliche Antwort. Ich verweise Sie auf das, was ich vorher gesagt habe. Wir werden jetzt prüfen, die Informationen, die uns von Frankreich vorgelegt wurden, ob sie erstens natürlich entsprechend dem, was der internationalen Umweltverträglichkeits- oder der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung dort erforderlich ist. Und zweitens werden wir daraus auch Rückschlüsse ziehen, wie wir weiter vorgehen und ob aus unserer Sicht damit auch Beauftragung von Studien oder anderes erforderlich sind. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage durch den Kollegen Dr. Rainer Kraft, AfD. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, bei der Einschätzung der Gefährdungen entlegt er die französische Seite das sogenannte LNT-Modell, das Linear-Nose-Threshold-Modell zugrunde. Respektive erwarten Sie von Ihren französischen Kollegen, dass Sie dieses Modell bei der Einschätzung Ihrer Gefahren benutzen? Also wir befinden uns, wie Sie wissen, in einer unterschiedlichen Auffassung über die Nutzung von Atomkraft innerhalb Europas. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Gefahren der Natur sind, dass man so schnell wie möglich aus dieser Technologie aussteigen soll. Die französische Regierung hat eine andere Auffassung und will Atomkraft entsprechend weiter nutzen. Wir befinden uns dann allerdings in einem regelmäßigen Austausch in den entsprechenden Gremien über die Art und Weise und den Hintergrund, wie Frankreich aus Ihrer Sicht die Sicherheit von Atomkraftwerken bestmöglichst gewährleisten will und sind da in einem engen Austausch darüber. Vielen Dank. Frage 3. Der Kollege in Baerbock wird schriftlich beantwortet. Ich rufe auf die Frage 4 der Abgeordneten Lisa Badum betreffend Position der Bundesregierung zur Klimaschutzinitiative Frankreichs. Frau Kollegin. Herr Staatssekretär. Die Bundeskanzlerin hat für die Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, dass sie die Initiative der Mitgliedstaaten sehr unterstützt. Gleichwohl hat die Bundesregierung ihre Positionierung zum langfristigen Klimaziel in der EU sowie zu einer möglichen Wiedervorlage oder Aktualisierung des nationalen Klimabeitrags der EU für das Jahr 2030 unter dem Übereinkommen von Paris noch nicht abgeschlossen. Erst wenn wir diese Beratungen abgeschlossen haben, werden wir uns dann dazu auch deutlicher positionieren. Frau Kollegin, Sie haben eine Nachfrage. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, Sie stehen ja hier für die Bundesregierung. Ich muss sagen, ich bin zutiefst beschämt. Ich bin zutiefst peinlich berührt, wenn beim Gipfel in Sibiu acht europäische Länder unter Führung von Herrn Macron zu uns sagen, lasst uns hier die Paris-Ziele einhalten und die Bundesregierung da einfach den Rücken zukehrt. Nein, wir sind nicht dabei. Wir sind an der Seite von Polen und anderen Staaten. Das finde ich sehr peinlich. Diese Woche dann hat Frau Merkel gesagt, sie möchte prüfen, ob wir nicht 2050 klimaneutral werden können, wenn nach Ansicht aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Minimum, was wir tun müssen, um die drohende Klimakrise aufzuhalten. Dieses müsse man, das haben Sie ja gerade auch schon ausgeführt, aber noch innerhalb des Klimakabinetts prüfen, vielleicht am 29. Mai. Mich würde gerne interessieren, welche neuen Erkenntnisse und Informationen zur Klimakrise werden Sie jetzt bis zum Klimakabinett noch aufrufen, die dieses Ziel noch infrage stellen könnten? Welcher neue Informationsgewinn erwartet sich? Also erstens will ich einmal klarstellen, dass die Bundesregierung immer und auch weiterhin sich an die Ziele von Paris gebunden fühlt und auch die Umsetzung und Einhaltung gewährleisten wird. Wir befinden uns, wie Sie wissen, aus vielen Fragestunden, die wir dazu schon hatten, in einem intensiven Dialog. Wir haben auch die letzten Male über das Klimakabinett geredet. Es werden dort jetzt auch auf die einzelnen Sektoren, in den einzelnen Ministerien, die konkreten Maßnahmen festgelegt und beschrieben, die dazu führen sollen, dass wir es schaffen, die Klimaziele einzuhalten. Eine weitere Nachfrage, bitte. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, diese Antwort wird der Dringlichkeit der Klimakrise, in der wir stecken, wirklich nicht gerecht. Ich sage Ihnen mal nur ein paar Beispiele, was die EU in den letzten Jahren an Maßnahmen angegangen ist. Neue Z2-Grenzen für Pkw, völlig neue für Lkw, Reform des Emissionshandels, Erhöhung der Klimafinanzierung, um nur einige wenige zu nennen. Wie sieht sich die Bundesregierung im Vergleich zu diesen Handlungen, zu diesen Optionen, die die EU in den letzten Jahren ergriffen hat? Wie stehen Sie im Vergleich zu dem, was getan worden ist und was Sie dieses Jahr noch planen? Und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Wir waren ja bei diesen Beratungen auch für die Z2-Ziele zum Beispiel als Bundesregierung auch vertreten auf der europäischen Ebene. Und nochmal, wir haben nationale Umsetzungsziele. Und wir haben ein Klimakabinett, das in sehr großer Eile nun bis zum Jahresende auch die konkreten Maßnahmen in den einzelnen Bereichen beraten und vorschlagen wird. Nun geht es ja los. Also als nächstes die Kollegin Britta Hasselmann. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, es nutzt ja nichts, nur in Sonntagsreden zu sagen, die Bundesregierung und die seetragenden Fraktionen Union und SPD würden sich an die Klimaziele gebunden fühlen, wenn sie gleichzeitig nichts tun. Vielleicht können Sie uns mal ganz konkret sagen, zwischen der Vorlage des Ergebnisses der Kohlekommission, einstimmig, und heute sind jetzt vier Monate vergangen. Es gibt ganz konkrete Empfehlungen der Kohlekommission, endlich den Kohleausstieg einzuleiten, um die Klimaziele einhalten zu können. Was hindert eigentlich dieses Kabinett daran, nach vier Monaten dem Bundestag endlich was vorzulegen und zu sagen, die drei Maßnahmen aus der Kohlekommission, die setzen wir jetzt um, die leiten wir jetzt ein? Also wir sind in der Vorbereitung nach meinem Kenntnisstand des Entwurfs der Umsetzung der Kommission. Es wird demnächst auch die Strukturmaßnahmen, die auch zur Unterstützung der betroffenen Menschen in der Region da gemacht werden, auf den Weg gebracht. Und im Anschluss wird dann auch zügig an der Umsetzung und Umarbeitung und Abarbeitung der Empfehlungen der Kohlekommission gearbeitet. Ich rechne auch damit, dass wir das zügig und in diesem Jahr hinbekommen. Vielen Dank, Frau Kollegin Lemke. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, die Bundeskanzlerin hat in dieser Woche ausweislich vieler Medienberichte über die Bewegung Fridays for Future gesagt, die jungen Menschen machen uns Dampf. Ich finde das auch richtig. Sie hat außerdem einen Schulleiter gelobt, der ausgeführt hat, dass er sich eng mit den Schülern abstimmt, damit keine Prüfungen versäumt werden und sagt, ich baue, ich setze auf Menschen wie Sie. Darf ich das als Unterstützung der Bundesregierung für die Bewegung Fridays for Future interpretieren? Weil auch in der Bundesregierung der Eindruck existiert, dass die Bundesregierung beim Klimaschutz noch nicht dort ist, wo sie sein sollte. Also ich glaube, dass viele Mitglieder der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht haben, dass sie das sehr begrüßen, dass junge Menschen sich in der Art und Weise und so konsequent für den Klimaschutz einsetzen und dass wir dort eine große und ambitionsreiche Aufgabe vor uns haben, bestreitet niemand. Und dass das nicht einfach sein wird, die Ziele zu erfüllen, weiß auch jeder in diesem Saal. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hat die Kollegin Sylvia Kotting-Uhl, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Staatssekretär, von den Ergebnissen der Kohlekommission war ja jetzt schon die Rede und von der Ungeduld hier im Parlament, dass die Ergebnisse vorliegen, aber die Umsetzung auf sich warten lässt. Und nun planen Sie ja nächste Woche Eckpunkte für den Strukturwandel festzulegen, im Kabinett aber nicht für das Kohleausstiegsgesetz. Und wie wollen Sie denn damit sicherstellen, dass die Zahlung von Strukturhilfemaßnahmen auch an die Abschallung von Kohlekraftwerken gekoppelt ist und nicht unabhängig davon passiert? Unser Ziel war einfach, den Menschen in der betroffenen Region auch deutlich zu machen, dass wir das, was wir zusagen, nämlich Unterstützung und dass hier kein ungelenkter Strukturwandel stattfindet mit dem Risiko für Arbeitsplätze, dass wir mit diesem Punkt anfangen. Und das werden wir auch machen. Und dann wird zügig die Umsetzung auch der Verabredungen hier der Kohlekommission ebenfalls gesetzgeberisch auf den Weg gebracht. Vielen Dank. Ich erinnere daran, dass es um die Position der Bundesregierung zur Klimaschutzinitiative Frankreich geht. Herr Dr. Hoffmann, Sie haben das Wort für eine weitere Nachfrage. Herr Präsident, ich habe noch eine weitere Nachfrage. Aber ich würde doch vielleicht die Grüne Fraktion bitten, nicht mit vielen Nachfragen die Fragestunde dann entsprechend zu verlängern. Es wollen noch andere Fragen. Da würde ich einfach um Fairness bitten. Aber die Frage lautet, ob die Bundesrepublik eine Initiative ergreift bei der EU zum Klimaschutz, um den E-Fuels anzuerkennen für den CO2-Flottenverbrauch von Automobilen? Also, wie Sie wissen, ist bei der RED2-Richtlinie diese Debatte geführt worden. Es gibt zum Ende des Jahres hin die ersten Gespräche nach meinem Kenntnisstand, an der sich auch die Ministerien, die Zustände der Bundesregierung beteiligen, wie das für den Prozess ab dem Jahr 2021 dann weitergehen soll. Es geht ja hier um die Frage der Anrechenbarkeit der biogenen Kraftstoffe und auch um die Frage, ob die doppelt angerechnet werden sollen. Und das Thema steht nach meinem Wissen in Gesprächen Ende des Jahres an. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Frage aufrufe, will ich darauf hinweisen, Herr Kollege Dr. Hoffmann, dass es das gute Recht jedes Abgeordneten des Bundestages ist, zu jedem Themenkomplex eine Nachfrage zu stellen, selbst wenn Sie alle aus derselben Fraktion kommen. Ich habe Ihren Appell auch so verstanden, dass Sie eher um Höflichkeit gebeten haben und das nicht gerückt haben. Ich rufe auf die Frage 5 des Abgeordneten Dr. Christoph Hoffmann, Angleichung der Umweltstandards für deutsche landwirtschaftliche Betriebe an europäischen Nachbarstaaten. Ein weit überwiegender Anteil der Umweltstandards ist europarechtlich einheitlich für alle Mitgliedstaaten geregelt. In den Verhandlungen zur Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik spricht sich die Bundesregierung für ein höheres Umweltambitionsniveau aus. Dabei ist es wichtig, dass die von der Kommission vorgeschlagenen Standards insgesamt nicht abgeschwächt, sondern durch für alle Mitgliedstaaten einheitliche Leitplanken gestärkt werden. Sie haben eine Nachfrage, bitte schön. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Aber ich lebe in einem grenznahen Raum zu Frankreich und da klagen die Landwirte immer wieder darüber, dass sie verschiedene Pflanzenschutzmittel nicht nutzen können, die ihre französischen Kollegen ein paar Kilometer weiter nutzen können und dadurch ungleiche Produktionsbedingungen herrschen. Aber sie klagen auch über andere Produktionsbedingungen, zum Beispiel für Fleischwirtschaft in Rumänien, Bulgarien etc. Insofern, glaube ich, wäre es schon wichtig, die Gleichheit hier herzustellen. Und da erhebt sich die Frage, ob der Schreit zwischen Bundesministerin Glöckner und auch Svenja Schulze inzwischen beigelegt ist. Frau Schulze hat ja gefordert, dass sie bei der EU-Agrarförderung, dass sie sich stärker an Tier-, Natur- und Klimaschutz orientieren sollte und dass sie selbst mit dabei sein kann bei den Verhandlungen in Brüssel. Wie weit ist da der Stand? Frau Schulze, Sie sprechen an die wahrgenommenen Ungleichbehandlungen. Sie wissen, dass bei der Umsetzung von Umweltauflagen der EU, die einigermaßen gleichwertig sind für alle Länder, es trotzdem nationale Umsetzungsspielräume gibt. Unser Ziel ist eben, aus Gleichbehandlungsgründen diese nationalen Umsetzungsspielräume zu verringern, um Ungleichbehandlungen und Wettbewerbsverzerrungen zum Beispiel dadurch zu verhindern. Und in dem Sinne hat sich auch meine Ministerin ausgesprochen dafür, dass wir bei der gemeinsamen Agrarpolitik einen deutlichen Schwerpunkt übrigens auch in der finanziellen Förderung von Umweltmaßnahmen legen. Und wir sind da in einem guten und engen Austausch mit dem Landwirtschaftsministerium in dieser Frage. Sie haben eine weitere Nachfrage, Herr Kollege Hofmann. Gut. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Sie sind nicht ganz auf diesen Streit eingegangen. Deshalb will ich es noch einmal konkreter fassen. Wie beurteilt das BMU den Zehn-Punkte-Plan von Frau Klöckner zum Klimaschutz in Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft? Und reicht es aus Sicht des BMU oder ist es noch nicht genügend, diese zehn Punkte, die Frau Klöckner vorgelegt hat? Also wir sind in verschiedenen Bereichen derzeit in Gesprächen. Sie wissen, dass ein großes Thema zurzeit auch die Düngeverordnung ist und andere Bereiche, die die Landwirtschaft betreffen. Und es gibt, wie wir schon mehrmals in dieser Fragestunde und im Ausschuss auch erläutert haben, sehr genetisch fast schon bedingte unterschiedliche Auffassungen zwischen Landwirtschaftsministerium und Umweltministerium. Und bisher haben wir es aber dann doch geschafft, zu vernünftigen und guten Ergebnissen zu kommen. Und so bin ich auch sicher, dass das diesmal auch wieder gelingen wird. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Kikeritz, Bündnis 90, die Runde. Dankeschön. Es ist gerade die Grenzsituation angesprochen worden und die Benachteiligung deutscher Bauern gegenüber den Französischen. Jetzt wollte ich mal wissen, ob Sie die Initiative der französischen Regierung kennen, dass im Jahr ab 2020 ungefähr 100 Pestizide vom Markt genommen werden dort. Und haben Sie das mit Ihren französischen Kollegen abgesprochen und wird das auf die deutsche Politik übergreifen? Der Hintergrund des Verbotes ist klar. Es ist Vogelsterben, es ist Insektensterben. Das ist ja nicht nur ein bayerisches oder deutsches Problem, das ist auch in Frankreich. Ein ganz zentrales Problem. Und die französische Regierung scheint es ja mit ihrer Initiative bewusst aufgenommen zu haben. Ist Ihnen diesbezüglich etwas bekannt? Also die erste Bemerkung vielleicht noch in Ergänzung auch zu vorher. Wir haben ja Untersuchungen auch zu der Frage der Unterschiedlichkeit in den EU-Ländern, wo es zum Ergebnis kommt, dass es keine wesentlichen Benachteiligungen oder Unterschiede gibt. Mir ist die Initiative Frankreichs bekannt, die Sie angesprochen haben. Allerdings, wie auch vorher angedeutet worden ist, sind wir gerade beim Thema Biodiversität und den Insektenschutz auch in einer entsprechenden Ressortbefassung, was die Umsetzung des Insektenschutzplans angeht, in diesem Bereich fällt auch die Regelung, die Sie angesprochen haben. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hat die Kollegin Konrad, FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank. Die Neuordnung der europäischen Agrarpolitik sieht ja vor, dass die Mitgliedstaaten noch eine höhere Souveränität bekommen sollen bei der Umsetzung der Maßnahmen vor Ort. Und jetzt befürchten die Landwirte in Deutschland zu Recht, dass hier dieser Spielraum dazu genutzt wird, die schon vorhandenen Auflagen nochmals zu verschärfen. Und wir haben jetzt schon ein ganz starkes Ungleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten, was die Bürokratie und was die Auflagen an die Anforderungen für die Landwirtschaft mit sich bringt. Und gerade das Bundesumweltministerium hat sich ja in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren immer wieder dadurch hervorgetan, diese Initiativen anzustoßen, ohne messbare Erfolge damit vorweisen zu können. Und deshalb frage ich Sie, wird diese Linie unter diesen Gesichtspunkten in Zukunft so weitergehalten oder planen Sie da auch mal Ihren Blick zu weiten, sodass wir auch Europa sein lassen? Nun, wenn wir Ungleichbehandlungen innerhalb Europas verhindern wollen, dann muss es klare Regelungen geben, die für ganz Europa und alle Länder gelten. Und Ihnen dürfte auch nicht entgangen sein, der Bericht IPBest, der gerade zur Biodiversität gekommen ist, das, was wir im Deutschen Bundestag nun in mehreren Ausschüssen auch beraten haben, der enorme Verlust an Biodiversität und dass wir dort auch handeln müssen. Und deswegen auch übrigens eine Initiative des BMU und der Bundesregierung, dass wir mehr den Bauern auch vergüten, wenn sie sich für Insektenschutz, für Umweltschutz in der Landwirtschaft eben auch einsetzen und dieses praktizieren. Denn das wollen wir europaweit auch erreichen. Vielen Dank. Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann rufe ich auf die Frage Nummer 6 der Abgeordneten Steffi Lemke, Schutz der Weltmeere bis 2030. Herr Staatssekretär. Zunächst bieten die derzeit laufenden UN-Verhandlungen über ein Durchführungsübereinkommen zum Schutz der Biodiversität auf hoher See, kurz BBNJ, eine besondere Chance, nämlich einen wesentlichen Schritt zu machen für die Einrichtung weltweit anerkannter Meeresschutzgebiete. Die Verhandlungen finden unter der Seerechtskonvention der UN statt. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass durch das BBNJ Übereinkommen Meeresschutzgebiete anderer Staaten oder Organisationen anerkannt werden können. Die Bundesregierung tritt insgesamt für ein starkes Übereinkommen ein, um die Meeresnatur weltweit wirksamer zu schützen. Die Diskussion über mögliche Ziele zur Unterschutzstellung der Weltmeere nach dem Jahr 2020 ist innerhalb der Bundesregierung allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Initiative des französischen Präsidenten Macron ist eine Reaktion auch auf die erschreckenden Ergebnisse des von mir vorher schon erwähnten globalen Berichts zum Zustand der Natur des Weltbiodiversitätsrates IPBES, der jüngst veröffentlicht wurde. Die Bundesregierung wird die umfassenden Daten und Empfehlungen dieses Berichts sorgfältig analysieren und daraus eine Positionierung für den globalen Biodiversitätsschutz ableiten. Schutzgebiete können einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Biodiversität leisten. Von ebenfalls großer Bedeutung ist eine naturverträgliche Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft. Vielen Dank, Kollegin Lembke. Sie haben eine Nachfrage. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich will ich betonen, dass der Prozess um BB&J ungeheuer wichtig ist, vom gesamten Parlament unterstützt wird und ich auch den Beamten, die daran arbeiten, die daran verhandeln, sehr dankbar bin. Nichtsdestotrotz wird es Sie nicht verwundern, dass ich ein, zwei kritische Nachfragen habe. Der Deutsche Bundestag hat ja interfraktionell im letzten Jahr beschlossen, und das kommt nicht so häufig vor, dass sich die Fraktionen auf gemeinsame, starke Ziele hier verständigen, 30 Prozent unter Schutzstellung bis 2030. Jetzt haben Sie ausgeführt, diese Position, die der Deutsche Bundestag beschlossen hat und die Deutsche Bundesregierung beauftragt hat, diese in den Verhandlungen zu vertreten, wäre innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgestimmt. Ich hoffe, ich habe Sie da falsch verstanden, weil das kann ich nicht glauben. Also, es ist so, dass wir im Detail noch nicht abgestimmt sind innerhalb der Ressorts der Bundesregierung. Wie Sie aber wissen, sind wir entsprechend an den Verhandlungen beteiligt und auch, glaube ich, sehr gut und intensiv dort auch aufgestellt. Frau Kollegin Lemke, ich vermute, Sie haben eine weitere Nachfrage. Ich bin noch damit beschäftigt, zu verarbeiten, dass die Bundesregierung offensichtlich an dieser Stelle den Beschluss des Deutschen Bundestages nicht umsetzt, ignoriert und, ich vermute, dann mal auch in den Verhandlungen nicht vertreten hat, obwohl das explizit hier im letzten Jahr interfraktionell beschlossen worden ist. Ich würde Sie bitten, dem innerhalb der Bundesregierung noch mal nachzugehen, auch das hier vertretene Kanzleramt, das doch zu klären, weil das aus meiner Sicht im Umgang zwischen Parlament und Bundesregierung doch weitergehende Fragen aufwirft. Und ich Sie zweitens aber gerne noch mal nachfragen möchte, wie denn das mit den deutschen Meeresschutzgebieten jetzt weitergeht, weil wir wissen, dass in deutschen Meeresschutzgebieten teilweise der Fischereidruck höher ist als in Nicht-Meeresschutzgebieten. Und die Forderung deshalb nach Nullnutzungszonen ja immer lauter wird, ob das nicht auch eine Schlussfolgerung sein muss, diese Diskussion innerhalb der Bundesregierung zu befördern. Also, wir setzen uns dafür ein, dass wir dort zu einer schnellen Positionierung kommen. Ich begrüße übrigens auch ausdrücklich den Beschluss des Deutschen Bundestages. Ich habe aber auch nicht behauptet, dass hier die Bundesregierung nicht auf den Beschluss des Deutschen Bundestages reagiert, sondern habe lediglich festgestellt, dass wir noch nicht komplett ressortabgestimmt sind in der Frage, wie die Unterschutzstellung der Weltmeere im Jahr 2020 zu erfolgen hat. Und natürlich, das wissen Sie, weil wir es öfter im Ausschuss auch diskutiert haben, treibt uns auch die Frage der nationalen Meere entsprechend um. Und auch hier gibt es verschiedene Diskussionen und auch Schwierigkeiten, die aber nicht nur innerhalb der Bundesregierung liegen, sondern die mit den verschiedenen Anrainerstaaten und den unterschiedlichen Vorstellungen zu tun haben, wie man hier einen wirksamen und guten Schutz organisieren kann. Mir war klar, dass es die Kollegin Hasselmann umtreibt. Frau Kollegin Hasselmann, Sie haben das Wort zu einer Nachfrage. Ja, also ich meine, vielen Dank, Herr Präsident. Aber das kann man ja nicht so stehen lassen, in einer Fragestunde plötzlich mitgeteilt zu bekommen, dass der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von fünf Fraktionen ein Ziel beschließt, einen parlamentarischen Beschluss fasst und die Bundesregierung beauftragt. Und Sie uns mitteilen, dass Sie gerade darüber diskutieren, ob Sie gewillt sind, das umzusetzen. Deshalb möchte ich meine Frage ans Kanzleramt richten, wie Sie mit dem Beschluss, den Frau Lemke gerade zitiert hat, gedenken, jetzt umzugehen. Und zwar nicht in der Frage, wie oft Sie darüber diskutieren wollen in unterschiedlichen Ressorts, sondern wann Sie gedenken, diese Position sowohl auf europäischer Ebene als auch mit nationalen Maßnahmen unterstützt umzusetzen. Frau Kollegin Hasselmann, wir kommen jetzt geschäftsordnungsmäßig an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Ich lasse das aber zu und frage das Bundeskanzleramt, ob es antworten möchte auf diese Frage. Es muss nicht antworten. Gut. Herr Staatssekretär. Staatsminister. Herr Staatsminister, Entschuldigung, Herr Minister. Ich würde Frau Hasselmann gerne diese Frage mitnehmen und dann schriftlich beantworten, damit wir Ihnen dann auch konkret richtig gut antworten können. Herr Staatsminister, für diese Antwort danken wir Ihnen. Ich rufe jetzt auf, Frau Kollegin Hasselmann, das können wir anderthalb weit hier erörtern. Ich rufe jetzt auf die Frage 7 der Abgeordneten Steffi Lemke betreffend Aktionsprogramm zum Insektenschutz. Herr Präsident, Frau Kollegin Lemke, die Bundesregierung strebt für das Aktionsprogramm Insektenschutz eine Kabinettsbefassung im Frühsommer an. Ein konkreter Termin lässt sich angesichts der laufenden Ressortabstimmungen noch nicht festhalten. Der globale Bericht, auf den ich vorher schon eingegangen bin, IPBS, gibt ein sehr wichtiges Signal, weltweit die Aktivitäten für die biologische Vielfalt zu forcieren. Die Bundesregierung verfolgt bereits jetzt auf der Basis des Kapitels Schutz der biologischen Vielfalt des Koalitionsvertrages ein, auch im internationalen Vergleich, ehrgeiziges Maßnahmenpaket, um den Verlust der biologischen Vielfalt in Deutschland zu stoppen und den Trend möglichst umzukehren. Dazu wird auch das Aktionsprogramm Insektenschutz beitragen. Die Bundesregierung ist gewillt, ihre globale Verantwortung für die biologische Vielfalt wahrzunehmen. Unter anderem in der Vorbereitung der im Herbst 2020 stattfindenden 15. Vertragskonferenz der CBD, also der Convention of Biological Diversity. Frau Kollegin Lemke, Sie haben eine Nachfrage, wie ich sehe. Ja, danke, Herr Präsident. Ich teile Ihre Einschätzung, Herr Staatssekretär, dass die Bundesregierung ehrgeizige Ziele beim Biodiversitätsschutz verfolgt, explizit nicht. Wir stehen vor der Tatsache, dass 2007 beschlossen wurde, im Bundeskabinett das Artensterben bis 2020 zu stoppen. Dieses Ziel werden Sie krachend verfehlen. Wenn Sie das mit ehrgeizig meinten, will ich das Gegenteil davon nicht erfahren. Meine Frage ist allerdings, wann das Insektenschutzprogramm im Kabinett aufgerufen und auf die Tagesordnung gesetzt wird. Es gibt meines Wissens nach vor der Sommerpause im angekündigten Zeitraum nicht mehr unendlich viele Kabinettssitzungen. Sie kündigen jetzt seit einem Dreivierteljahr an, dass es vor der Sommerpause auf die Tagesordnung kommt. Ich hätte jetzt gern Butter bei die Fische, wann es ins Kabinett kommt. Wenn Sie es nicht beantworten können, vielleicht könnte das Kanzleramt noch einmal einspringen. Ich habe die Frage beantwortet, dass wir in der Ressortabstimmung sind und dass es geplant ist, im Frühsommer das ins Kabinett zu bringen. Frau Kollegin Lemke, eine weitere Nachfrage. Ich konstatiere, dass die Bundesregierung heute im Antworten äußerst schwach auf der Brust ist. Ich versuche es noch einmal mit einer anderen Frage. Der von Ihnen eben angesprochene IP-Best-Bericht hat in der Tat dramatische Fakten in die Öffentlichkeit gebracht. Unter anderem wurde dort auch noch einmal aufgegriffen, die naturschädlichen Subventionen, die die Bundesregierung auch schon vor Jahren internationale Verpflichtungen eingegangen ist, abzubauen. Das wurde jetzt in diesem Bericht noch einmal erwähnt, wie gravierend die am Artensterben Anteil hat. Das BfN hat dazu, also das Bundesamt für Naturschutz, eine Zusammenstellung gemacht. Ich würde gerne wissen, welche von diesen naturschädlichen Subventionen Sie im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 gedenken, kritisch zu hinterfragen und abzuschaffen. Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Ärmel nicht schütteln. Ich werde diese Frage schriftlich Ihnen nachreichen. Danke. Vielen Dank, Frau Lemke. Eine weitere Nachfrage. Die Kollegin Konrad, FDP-Fraktion. Vielen Dank. Der Bericht sagt auch, dass die Fläche an Regenwald dramatisch abgenommen hat seit der vorindustriellen Zeit und dass auch überhaupt die Habitatverluste insgesamt weltweit sehr groß sind. Gleichzeitig steigt, und das wissen wir alle, die Weltbevölkerung und auch das Streben nach Wohlstand der Menschen steigt. Das ist ja die Quadratur des Kreises. Und man merkt, es geht nicht überein. Auf der einen Seite werden mehr Nahrungsmittel benötigt für mehr Menschen, die zu versorgen sind. Und auf der anderen Seite schwindet Tag für Tag Fläche, auch bei uns hier in Deutschland. Und es ist ja jetzt die Aufgabe, genau diesen Widerspruch aufzulösen. Und liegt die Lösung da nicht darin, Flächen, die wertvoll sind, zu intensivieren in ihrer Produktion, statt sie zu extensivieren und aus der Produktion herauszunehmen. Also wir haben den Zusammenhang zwischen intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und Rückgang der Biodiversität. Und deswegen muss doch unser Bestreben sein, dass wir hier nachbessern und und dass wir es hinbekommen, dass wir Biodiversität gewährleisten und dass wir trotzdem hier eine gute Landwirtschaft auch nach wie vor vor Ort haben. Und das wird aber an vielen Einzelfragen zu diskutieren sein, wie man das entsprechend hinkriegt. Wenn Sie nur mal das beliebte Beispiel der Biene nehmen, für mich als Bayern war es also wirklich fast schon eher verletzend, dass die Berliner Biene viel produktiver ist als die bayerische Biene. Und das hat etwas damit zu tun, dass in einem städtischen Umfeld weniger gespritzt und intensive Landwirtschaft stattfindet, als jetzt zum Beispiel in dem landwirtschaftlich doch sehr stark geprägten Bayern. Und deswegen glaube ich, besteht dort Handlungsbedarf und zwar auch im Interesse mit der Landwirtschaft, dass wir dort vorankommen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, Dr. Kraft, AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, zurück zum Insektenschutz. Es gibt ja die DLR-Studie über mögliche Vernichtung von vielen Insekten, also von einigen Tausend Tonnen pro Jahr an Windrädern. Die Antwort, die bislang erfolgt sind, war ungefähr, dass 400 Millionen Insekten jährlich vertilgt werden. Ist dann für das Umweltministerium die Sache erledigt, obwohl eigentlich diese 400 Millionen vertilgten Insekten global sind und obwohl natürlich die Selektion von Windrädern nicht sich auf die gesamte Insektenpopulation verteilt, sondern sich im Prinzip nur auf solche speziellen Insekten beziehen kann, die überhaupt in der Lage sind, einen Windradflügel zu erreichen? Also, mein Kenntnisstand über diese Studie ist, dass die nicht hinreichend ist, die Sie dort zitiert haben und dass wir daraus hier kein massenhaftes Phänomen für die Biodiversität sehen. Und wir haben sicher demnächst auch weitere Untersuchungen dazu. Aber ich sehe nicht den Rückgang der Insekten in signifikanter Weise in dem Zusammenhang mit Windkraftanlagen. Wieder hart an der Grenze, Frau Kollegin Lemke, weil Sie jetzt zu Ihrer eigenen Frage bereits zwei Nachfragen gestellt hatten. Aber ich lasse das trotzdem noch zu. Bitte. Frau Präsidentin, dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Ich mache dann auch heute keine weiteren Nachfragen und wollte nur, um Fakten hier im Deutschen Bundestag nicht falsch dargestellt stehen zu lassen durch andere Fraktionen. Sie, Herr Staatssekretär, fragen, ob Sie mir zustimmen, dass es sich bei den genannten Dingen nicht um eine Studie handelt, sondern um Thesen, die aufgestellt worden sind und der Autor explizit dargestellt hat, dass diese Thesen wissenschaftlich untermauert werden müssten, wenn Sie denn jemals den Status einer Studie erhalten sollten. Ich weiß nicht, ob es dabei um die Beantragung von Forschungsmitteln geht, aber dass wir jedenfalls nicht von einer fundierten und untermauerten Studie sprechen können. Das habe ich vorher versucht, in anderen Worten zum Ausdruck zu bringen, aber ich unterstreiche das noch mal. Danke schön. Herr Staatssekretär, wenn Sie die Ergebnisse aus dieser Studie des Zentrums für deutsche Luft- und Raumfahrt nicht als hinreichend belegbar sehen, ist denn die Bundesregierung dann gewillt, eigene Studien in Auftrag zu geben, um das Phänomen zu klären? Also ich sehe dazu derzeit zwar keinen Anlass, will aber den Hinweis geben, dass es immer auch, egal bei welcher Nutzung, welcher Energieformen, es auch Nutzungskonflikte gibt, zum Beispiel auch zum Thema Biodiversität und dass wir uns all diesen Fragestellungen auch zuwenden, aber dass nichtsdestotrotz es hier wichtig ist, wirklich faktenbasiert das Ganze zu machen und dass ich in der Stellungnahme, die Sie angesprochen haben, das nicht sehe, dass das Grundlage für eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung ist. Ich vermute aber, dass es trotzdem zu diesem Thema auch weitere wissenschaftliche Auseinandersetzungen geben wird. Ich nehme die Frage auch gerne mit, aber ich glaube nicht, dass unser Haus hier eine wissenschaftliche Studie zu dieser Thematik in Auftrag geben wird. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Die Frage 8 der Abgeordneten Philipps Pohler wird schriftlich beantwortet. Damit bedanken wir uns bei Ihnen. Herr Staatssekretär Prohnold, verlassen den Geschäftsbereich. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Zur Beantwortung steht bereit der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Michael Meister. Ich rufe auf die Frage 9 des Abgeordneten Dr. Axel Gerke, AfD-Fraktion, betreffend Maßnahmen zum Schutz von Analphabeten vor Gesundheitsgefährdungen. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Bundesregierung führt gemeinsam mit den Ländern und weiteren Partnern von 2016 bis 2026 eine Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener durch. Innerhalb dieser Dekade werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen und gefördert, die gering literalisierte Erwachsene zum Lernen motivieren bzw. die Rahmenbedingungen dazu verbessern oder auch das Mithelfen und mitwissende Umfeld ansprechen. Dazu werden neben einer Informationskampagne zahlreiche Projekte mit unterschiedlichen Inhalten und Zielsetzungen gefördert, mit dem Ziel, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und dadurch einen Beitrag zu leisten, Literalität in Deutschland weiter zu erhöhen. Zielsetzung dieser Dekade kann es aber nicht sein, eine eigene Gesundheitsprävention bzw. einen Schutz vor Gesundheitsgefährdungen gering literalisierter Erwachsener durchzuführen. Vielen Dank. Da der Kollege Gerke nicht im Saal ist, sind weitere Nachfragen entbehrlich. Ich rufe auf die Frage 10 des Abgeordneten Kai Gehring, Bündnis 90 Die Grünen. Der ist noch im Saal, wie ich sehe. Betreffend Auswirkungen der angekündigten Erhöhung der öffentlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung auf die Etats der Bundesministerien. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Gehring, im Jahr 2017 konnten nach aktuellen Erhebungen des Stifterverbandes und des Statistischen Bundesamtes erstmals die Ausgaben in der Bundesrepublik Deutschland für Forschung und Entwicklung auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesteigert werden. Damit hat Deutschland seine Rolle als Innovationstreiber in Europa sichtbar ausgebaut und das europäische 3-Prozent-Ziel weiter bestärkt. Auch weiterhin wird eine Vorreiterrolle in der Forschung und Entwicklung angestrebt, um Deutschland als starken Wirtschaftsstandort und attraktives Ziel für hochqualifizierte Fachkräfte zu etablieren. In diesem Sinne hat sich die Bundesregierung das Ziel, gemeinsam mit den Ländern und der Wirtschaft eine weitere Steigerung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2025 zu initiieren, selbst gesteckt. Mit dem Haushalt 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung von 2018 bis 2022 wurden im vergangenen Jahr zusätzliche Mittel in Höhe von rund 2,8 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung auf die Etats der Bundesressorts verteilt. Der Bundeshaushalt 2020 und die Finanzplanung 2019 bis 2023 befinden sich derzeit in der regierungsinternen Ausarbeitung. Mit den Mitteln wird eine Fülle von bestehenden Maßnahmen ausgebaut und weiter an die Bedarfe der Akteure für Forschung und Entwicklung angepasst. Zudem werden neue Maßnahmen zu vielversprechenden Schwerpunktthemen der aktuellen Forschungslandschaft ausgebaut, insbesondere in den Bereichen Sprunginnovationen, Technologietransfer, künstliche Intelligenz und in der Breite im Rahmen der Hightech-Strategie. Durch eine steuerliche Forschungsförderung soll erreicht werden, dass insbesondere die kleinen und mittelgroßen Unternehmen vermehrt in Forschung und Entwicklungstätigkeit investieren. Herr Kollege Ehring, Sie haben eine Nachfrage, wie ich sehe. Ja, vielen Dank. Zunächst Glückwunsch, dass das 3-Prozent-Ziel neun Jahre, nachdem es erreicht hätte werden sollen, in Deutschland auch nun erreicht ist. Das war ja schon für 2010 bereits vorgesehen. Und auch auf Druck der Opposition hat sich die Bundesregierung das 3,5-Prozent-Ziel inzwischen gegeben bis 2025. Da möchte ich verweisen auf Ihre regierungseigene Kommission Forschung und Innovation, die unmissverständlich gesagt hat, selbst ohne jedes Wirtschaftswachstum müssten 3,3 Milliarden jährlich bis 2025 aufgestockt werden, um das 3,5-Prozent-Ziel zu erreichen. Jetzt wird Ihr Haushalt fürs nächste Jahr offenkundig um 3 Prozent gekürzt und die Wirtschaft wächst weiter. Wie werden Sie das hinkriegen, wenn die Lücke zwischen dem Ziel und den Finanzmitteln immer weiter auseinanderklafft? In welchem Umfang werden Sie F&E-Investitionen jetzt nachlegen? Oder rechnet die Bundesregierung jetzt mit einer tiefgreifenden Rezession? Herr Kollege Gehring, zunächst einmal, wenn ich Ihrer Analyse folge, dann liegt es natürlich nur an der Opposition, dass es so lange gedauert hat. Sie haben ja darauf hingewiesen, wenn die Opposition genügend Druck macht, erreicht die Bundesregierung auch ihre Ziele. Also wenn Sie jetzt schließen, wir haben die Ziele nicht zeitgerecht erreicht, haben Sie offensichtlich zu wenig Druck entwickelt. Da kann ich Sie nur ermutigen, uns dabei zu unterstützen. Wir haben uns dieses mutige Ziel gesetzt, weil wir auch in Zukunft an der Spitze stehen wollen. Wir sind hier, wenn wir europäisch das betrachten, absolut in der Spitzengruppe. Wir haben das europäische Ziel, das habe ich vorhin bemerkt, übertroffen. Und ich habe am Ende meine Antwort auch auf die Frage, die Sie eben gestellt haben, versucht in Stichpunkten hinzuweisen. Wir sind gerade dabei, für das Kabinett vorzubereiten die steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung. Dadurch wollen wir erreichen, dass gerade der Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen stärker im Bereich Forschung und Entwicklung tätig wird. Dort haben wir noch ein gewisses Defizit. Und der überwiegende Teil der Mittel für Forschung wird ja in der Wirtschaft bereitgestellt. Wir haben dann gerade die Gründung der Agentur für Sprunginnovationen im Aufbau. Auch dort erwarten wir uns eine Stimulierung. Und wir werden selbstverständlich in den Beratungen regierungsintern zur Aufstellung des Haushalts 2020 uns etwa im Bereich Künstliche Intelligenz oder im Bereich Dekade gegen Krebs bemühen, das, was im Eckwerterbeschluss im April festgestellt worden ist, im Regierungsentwurf für den Bereich Forschung und Entwicklung noch zu verbessern. Herr Kollege Jengs, hier meine weitere Nachfrage. Ja, vielen Dank. Die steuerliche Forschungsförderung war ja eigentlich ursprünglich gedacht als Anreizinstrument für F&E-Aktivitäten von kleinen und mittleren Unternehmen. Der Scholz-Entwurf geht da in eine komplett andere Richtung. Und deshalb wollte ich Sie fragen, auf Grundlage welcher Prognosen und Studien die Bundesregierung davon ausgeht, dass die steuerliche Forschungsförderung in der jetzt geplanten Form einer Gießkanne nicht als Mitnahmeeffekt für Großkonzerne verpufft. Also ich kann Ihre Einschätzung, Herr Kollege Gering, so nicht sehen. Wir haben aufgrund von Studien, die wir im Vorfeld haben erarbeiten lassen, gesagt, dass wir uns bei der Förderung als Bemessungsgrundlage die Personalkosten im Forschungsbereich der Unternehmen nehmen. Wir haben weiterhin gesagt, dass wir zunächst einmal eine jährliche Deckelung durchführen wollen auf eine Größenordnung der Förderung 500.000 Euro, was eine Bemessungsgrundlage dann von zwei Milliarden Euro in den Forschungsaktivitäten ausmacht. Und deshalb glaube ich, allein aufgrund dieser Fokussierung wird deutlich, dass wir gerade kleine und mittlere Unternehmen ansprechen. Vor dem Hintergrund des Europarechts, dass wir keine Beihilfeprobleme erzeugen sollten, ist aber, glaube ich, auch richtig, zu sagen, dass wir nicht irgendwelche Ausgrenzungen von Unternehmen vornehmen. Sobald wir irgendein Unternehmen ausgrenzen würden, würden sich europarechtliche Fragen auftun. Das müssen wir vermeiden. Und ich glaube, das, was die Regierung hier anstrebt, geht in die richtige Richtung. Europa fest und fokussiert auf kleine und mittlere Unternehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Gering. Sie können stehen bleiben, weil ich gleich die Frage 11 aufrufe. Auch von Ihnen betreffend Schlussfolgerungen der Bundesregierung aus der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zu Eingriffen in die menschliche Keimbahn. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort für die Antwort. Vielen Dank, Herr Präsident. Der Deutsche Ethikrat hat seine umfangreiche Stellungnahme Eingriffe in die menschliche Keimbahn am vergangenen Donnerstag veröffentlicht. Die Bundesregierung wird die Empfehlungen des Ethikrats prüfen und in ihre weitere Überlegungen mit einbeziehen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur eine erste vorläufige Einschätzung der Bundesregierung übermitteln. Die Empfehlung des Ethikrats für ein internationales Moratorium für die klinische Anwendung der Keimbahntherapie entspricht den international laufenden wissenschaftlichen Diskussionen und Forderungen. In Deutschland tragen wir diese Empfehlung mit dem Embryonenschutzgesetz, welches ein entsprechendes Verbot von Keimbahninterventionen sowie ein Verbot der Embryonenforschung enthält, bereits Rechnung. Darüber hinaus empfehle ich der Ethikrat auch, die Grundlagenforschung zu den Auswirkungen von Keimbahneingriffen ohne die Nutzung von menschlichen Embryonen zu fördern. Die Bundesregierung fördert mit verschiedenen Maßnahmen die Grundlagenforschung im Bereich der Biomedizin bzw. zur neuen molekularbiologischen Techniken. Dies ist auch im aktuellen Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung verankert. Herr Kollege Gehring, Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Sie haben ja richtig dargestellt, dass der Ethikrat die Bundesregierung konkret auffordert, sich für ein internationales Moratorium für die klinische Anwendung von Keimbahn-Eingriffen auf Ebene der Vereinten Nationen einzusetzen. Und es soll da ein internationaler Raum jetzt erst einmal geschaffen werden, um Instrumente für internationale Regulierung zu erarbeiten. Werden Sie sich im Kabinett und auch auf internationaler Ebene stark machen und einsetzen für ein solches Moratorium? Ja, Sie sprechen zu Recht an, dass sich die Vereinten Nationen mit diesen Themen befassen. Aber es gibt auch Befassungen im Europarat und im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation zu der Frage, wie gehen wir verantwortlich mit Genomeditierung bei Menschen um. Die Bundesregierung unterstützt diese internationalen Initiativen. So wurde die Berichterstatterin des Ethikrats, die die Stellungnahme hier, über die wir sprechen, in der Fragestellung erarbeitet hat, mit Unterstützung der Bundesregierung als Expertin in das Advisory Committee für Genomediting bei der WHO berufen. Dieses Gremium soll die wissenschaftlichen, ethischen, sozialen und rechtlichen Herausforderungen der Genomeditierung bei Menschen untersuchen und dann Empfehlungen für Governance-Mechanismen erarbeiten, eben auf internationaler Ebene. Und Sie können daran erkennen, dass die Bundesregierung sich aktiv in die Gestaltung dieser Empfehlungen einbringt. Das Wort für eine letzte Nachfrage an ebenfalls der Kollege Gehring. Also ich schließe daraus, dass die deutsche Bundesregierung für ein Moratorium ist. Und ich möchte Sie deshalb noch mal fragen, welches internationale Forum die Bundesregierung für geeignet hält, um zu einem internationalen Moratorium zügig zu kommen. Wir haben in Deutschland das Embryonenschutzgesetz in nationalem Recht umgesetzt. Und damit haben wir sozusagen auf nationaler Ebene die Anforderungen Moratorium erfüllt. Und ich habe Ihnen eben dargestellt, dass wir in allen drei internationalen Gremien, die sich damit befassen, Weltgesundheitsorganisationen, Vereinte Nationen wie auch Europarat uns engagieren, die Empfehlungen des Ethikrats zur Umsetzung zu bringen. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Dr. Meister. Damit verlassen wir den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zur Beantwortung steht bereit Frau parlamentarische Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbad. Ich rufe auf die Frage 12 der Kollegin Eva-Maria Schreiber, Fraktion Die Linke, betreffend Beteiligung der Bundesregierung an der Bezahlung von Prämien in Schutzgebieten des Kongo-Beckens. Frau Staatssekretär. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Präsident, liebe Frau Kollegin. Leistungsabhängige Prämien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parkverwaltung in Schutzgebieten des Kongo-Beckens sind üblich und werden über die KfW unterstützt. Mithilfe der Prämien werden die Ranger, die gerade in Afrika einer enorm gefährlichen Arbeit nachgehen, bei geringem staatlichen Gehalt für die Erreichung ihrer Ziele belohnt. Auch soll durch die Zahlung von Prämien Korruption vorgebeugt werden, zum Beispiel damit sich die Wilderer nicht einfach freikaufen können oder konfisziertes Material, das im Fall von Elfenbeinen oder auch Waffen ein Vielfaches des Ranger-Gehaltes darstellt, ordnungsgemäß übergeben wird. Die Unterstützung durch die KfW erfolgt in folgenden Schutzgebieten. Demokratische Republik Kongo, Park National Kahusibiega, Park National de la Luami, Park National de la Salonga, Komplex Ubemba-Kandelungu, Reserve Naturelle du Triangle de la Nigri, Reserve de Fon a Ocapsis in Kamerun, bei Young Moe Forest Reserve, Buba-Nagia Park National, Mount Cameroon National Park, Korup National Park, Lobeke Park National, Kakamanda National Park, im Chart Senaura Park National und in der Zentralafrikanischen Republik Reserve Special de Tsanga-Sanga. Frau Kollegin Schreiber, Sie haben eine Nachfrage. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Aufzählung. Und Kritikerinnen haben die Befürchtung geäußert, dass das Prämien-System Parkwächter auch zur Gewalt gegen die lokale Bevölkerung anstacheln könnte, weil die Prämien sich beispielsweise nach der Anzahl der aufgedeckten Straftaten oder der Verhaftungen richten. Haben Sie Ihr Prämien-System dahingehend überprüft und welche konkreten Maßnahmen treffen Sie, damit Sie durch Bezahlung von Prämien und die Finanzierung umfangreicher Ausrüstung der Parkwächter nicht indirekt Gewalt gegenüber der lokalen Bevölkerung fördern? Frau Kollegin, die Ranger sind internationalen Standards zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet und darüber hinaus eine zum Beispiel willkürliche Festnahme würde einem Wildhüter keine Prämie einbringen, denn diese werden nur ausgezahlt, wenn ein ordnungsgemäßes Protokoll mit stichhaltigen Informationen zum vermeintlichen Tathergang erstellt wird, das einem Gericht zugeführt werden kann. Stellen Sie sich die Informationen als nicht stichhaltig heraus und muss der Festgenommene wieder freigelassen werden, so findet selbstverständlich auch keine Prämienauszahlung statt. Ich habe noch eine Nachfrage zum Schutzgebiet im Kongo, dem Kawusi-Bieger. Die KfW zahlt 60 Prozent des Budgets. Im April hat eine Vertreterin des BMZ in einer Ausschusssitzung den Park sehr lobend hervorgehoben, weil dort die Integration der lokalen Bevölkerung so gut gelinge. Das deckt sich leider nicht mit meinen Informationen. Mehrere Vertreter indigener Gemeinden haben sich aus Protest gegen die Parkverwaltung innerhalb der Parkgrenzen niedergelassen. Die Gewalt zwischen Parkverwaltung und indigenen Gemeinden droht zu eskalieren und hat schon zu mehreren Toten geführt. Die Parkverwaltung hat aufgrund der Konflikte indigene Parkwächter und andere indigene Mitarbeiter entlassen. Und deswegen meine Frage, können Sie mir sagen, woher das BMZ seine Informationen bezüglich der guten Zusammenarbeit der Parkverwaltung mit der lokalen Bevölkerung bezieht? Und wie lassen sich die offensichtlichen Widersprüche zwischen Ihrer Darstellung und meinem Kenntnisstand erklären? Frau Kollegin, ich möchte Sie bitten, mir die Gelegenheit zu geben, Ihre Angaben intensiv zu prüfen und übereinanderzulegen mit den Informationen, die wir haben, damit wir zu einer befriedigenden Lösung bzw. auch einer befriedigenden Antwort kommen können. Vielen Dank. Weitere Nachfragen sehe ich nicht in Ruhe wie auf. Frage Nummer 13 des Abgeordneten Ottmar von Holz betreffend Verlängerung des Nothilfe-Treuhand-Fonds der Europäischen Union für Afrika. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Kollege Abgeordneter. Die Frage des Fortbestehens des Nothilfe-Treuhand-Fonds der Europäischen Union für Afrika, des EUTF, steht aus Sicht der Bundesregierung in einem engen Zusammenhang mit den Ergebnissen der Verhandlungen über den neuen mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027. Diese dauern an. Sollte der Vorschlag der EU-Kommission für das neue Instrument für Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Zusammenarbeit im Endicci in seiner intendierten Flexibilität in der bisherigen Form angenommen werden, könnte es nach Auffassung der Bundesregierung Aufgaben des bisherigen EUTF Afrika übernehmen. Herr Kollege, Sie haben eine Nachfrage, bitteschön. Schönen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich würde dann ganz gerne nachfragen, wie die Bundesregierung sicherstellt, dass, wenn es denn so kommen sollte, dass auch der Treuhand-Fonds, wie ja auch diskutiert wird, dass andere Instrumente in dieses neue Nachbarschaftsinstrument integriert werden sollen, dass die Bundesregierung dann sicherstellt, dass bisherige Gelder oder Gelder von bisherigen Maßnahmen auf den bisherigen Instrumenten nicht für die Zwecke des europäischen Transfonds, nämlich Migrationsströme zu unterbrechen und missbraucht werden, beziehungsweise dass es da eine Quersubventionierung gibt, dass sozusagen die bisherigen Instrumente dessen, was sie heutzutage finanzieren sollen, auch so zur Entfaltung kommen können. Herr Kollege, wie Sie wissen, sind wir im Moment noch in den Verhandlungen zu diesem neuen Instrument, zu diesem Endicci, begriffen. Und die Fragen, die Sie angesprochen haben, sind ohne Zweifel solche, die im Rahmen dieser Verhandlungen erörtert werden müssen. Es gibt dann keine weiteren Nachfragen, wie ich sehe. Da die Frage Nummer 14 der Abgeordneten Philips Polat schriftlich beantwortet wird, verlassen wir nunmehr den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Danke Ihnen, Frau Staatssekretärin. Ich rufe auf den Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin des Bundeskanzleramtes. Zur Beantwortung steht bereit Herr Staatsminister Dr. Hendrik Hoppenstedt. Ich rufe auf die Frage Nummer 15 des Abgeordneten Uwe Kekeritz, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Kollege Kekeritz. Ich beantworte gerne Ihre Frage wie folgt. Die Bundeskanzlerin hat in Burkina Faso Rechtsanwälte und Bürgerrechtler, Frauenrechtlerinnen sowie Vertreter von Nichtregierungsorganisationen aus dem Bereich Demokratieförderung und Genderfragen getroffen. Zudem hat sie mit 300 Studenten aller Fachrichtungen an der Universität von Ouagadougou diskutiert. In Niger hat die Bundeskanzlerin sich mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen aus dem Bereich reproduktive Gesundheit, Landwirtschaft, Demokratieförderung und Radikalismusbekämpfung ausgetauscht. Zudem hat sie sich mit der Nichtregierungsorganisation SOS Femmes et enfants victimes de la violence familiale getroffen und die Baustelle eines Frauenhauses besucht, das mit von ihr gespendetem Preisgeld finanziert wird. Die Bundeskanzlerin und der nigrische Staatspräsident haben sich während des Besuches der Bundeskanzlerin im Niger umfassend über die Lage im Land und in der Region sowie über die bilateralen Beziehungen ausgetauscht. Wie in der Pressekonferenz der beiden am 2. Mai in Niamey erwähnt, wurde auch über die Themen Demokratie, gute Regierungsführung und Menschenrechte gesprochen. Insoweit darf ich auf die öffentlich verfügbaren Mitschrift dieser Pressekonferenz verweisen. Ich bitte aber um Verständnis, dass die Bundesregierung im Übrigen zu den konkreten Inhalten der vertraulichen Gespräche der Bundeskanzlerin mit Vertretern ausländischer Regierungen aus Staatswohlgründen keine Angaben macht. Herr Kollege Kekretz, Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön. Danke sehr. Ja, dann verlassen wir mal die zivilgesellschaftliche Ebene und kommen mal zur Entwicklung in dieser Region insgesamt. Die Regierung oder die Kanzlerin hat ja den G5-Einsatz als erfolgreich dargestellt. Das hat mich etwas verwundert. Die Sicherheitslage in den G5-Staaten verschlechtert sich zunehmend. Gerade im Niger, in Mali, in Burkina Faso ist die Entwicklung sehr besorgniserrögend. Und da frage ich mich schon, wie kommt die Kanzlerin zu dem Ergebnis, dass es eine positive Entwicklung gibt. Zumal ja auch in den französischen Medien war es breit ausgedehnt. Und auch übrigens gestern, der Außenministerrat der G5-Staaten haben es auch bestätigt, dass die G5-Eingreiftruppen eigentlich überhaupt nicht funktionsfähig sind, dass sie bei der Aufstellung extreme Schwierigkeiten haben. Und man weiß nicht, ob sie überhaupt noch mal wirklich einsatzfähig werden. Woher kommt das Ergebnis, dass es erfolgreich ist? Herr Kollege, ich teile Ihrer Auffassung, dass die Sicherheitslage in den von Ihnen beschriebenen Ländern sicherlich schwierig ist. Aber die Bundesregierung wertet die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den G5-Staaten, wie auch der Europäischen Union, den G5-Staaten, sehr wohl als Erfolg. Und ich gehe davon aus, dass das das ist, das die Bundeskanzlerin auch zum Ausdruck gebracht hat. Herr Kollege Kikrez, eine letzte Nachfrage. Eine letzte Nachfrage. Also interessant ist das schon. Und trotzdem eine andere Frage. Es gibt ja auch immer wieder Menschenrechtsverletzungen durch Militärs. Es ist ja auch so, dass die Europäische Union die G5-Eingreiftruppe massiv finanziert. Wie stellen Sie eigentlich sicher, dass eben Menschenrechtsverletzungen minimiert werden oder ganz ausgeschlossen werden? Ich möchte nochmal auf meine Ausgangsantwort zurückkommen und Ihnen versichern, dass die Bundeskanzlerin gerade auch auf diesen Besuch, über den ich jetzt gerade berichtet habe, die Menschenrechtslage in all den Ländern sehr intensiv mit den jeweiligen Regierungschefs angesprochen hat, sodass wir dort in einem permanenten Austausch sind und alles dafür tun, dass die Menschenrechte in den G5-Staaten auch entsprechend gewahrt bleiben. Herr Staatsminister, herzlichen Dank. Wir verlassen damit den Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen. Zur Beantwortung steht bereit Frau parlamentarische Staatssekretärin Christine Lambrecht. Ich rufe auf die Frage Nummer 16 des Abgeordneten Dr. Christoph Hoffmann betreffend Auswirkungen sinkender Steuereinnahmen auf den Einzelplan 23 im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2020. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Bevor ich zum Einzelplan 23 komme, vielleicht zwei Vorbemerkungen. Zum einen, die Steuerschätzungen beziehen sich ja darauf, dass der hohe angesetzte Zuwachs nicht in dem Ausmaß stattfindet, sondern etwas weniger stattfindet. Das heißt, ich glaube, man kann auch mal relativieren in diesem Zusammenhang, was das Ergebnis dieser Steuerschätzung ist. Von daher müssen wir uns darauf einstellen, dass circa 1,8 Milliarden eben fehlen werden, beziehungsweise das ist das Ergebnis, was an weniger Zuwachs zu erwarten ist. Die zweite Vorbemerkung bei der jetzt anstehenden Haushaltsaufstellung, die Eckpunkte liegen ja seit März vor, werden wir natürlich zum einen dieses berücksichtigen müssen und dementsprechend auch Anpassungen vornehmen, aber auf der anderen Seite gehen wir auch davon aus, dass wir ohne weitere Schulden auskommen wollen und auskommen werden. Und in dem Zusammenhang wird jetzt mit einzelnen Ressorts beraten, auch mit dem Ministerium, das Sie angesprochen haben, aber ich bitte auch um Verständnis auch vor der Ressortzuständigkeit, dass ich zu einzelnen Punkten, wie diese Ressortgespräche ausfallen, hier keine Stellung nehmen kann. Wie gesagt, die Beratungen laufen und im Juni ist angedacht, dann den entsprechenden Entwurf vorzustellen. Zu einer ersten Nachfrage der Kollege Dr. Hoffmann das Wort. Ja, ich verstehe das ja, was Sie sagen, aber dennoch sind ja Kürzungen im Einzelplan 23 angekündigt. Der Plan soll sinken. Der Minister hat ja auch in der Kabinettssitzung eine Protestnote hinterlassen. Und er sagt, wer den Entwicklungsetat kürzt, muss Verantwortung übernehmen für Leben und Tod in Krisengebieten. Was sagt das Bundesfinanzministerium zu der Aussage? Dass wir natürlich diese Einschätzung des Ministers zur Kenntnis nehmen und das auch intensiv diskutieren werden. Aber ich gebe noch mal zu bedenken, die Ressortabstimmungen laufen noch, die Verhandlungen mit den Ressorten. Deswegen wäre es jetzt, glaube ich, auch sehr unklug, solche Ressortverhandlungen hier offen mit Ihnen zu verhandeln. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir zu gegebener Zeit dann auch geklärt werden. Zu seiner letzten Nachfrage das Wort der Kollege Dr. Hoffmann. Aber der Eckwertebeschluss ist ja da. Und da sieht man ja, wie die einzelnen Ministerien weniger Mittel bekommen oder mehr Mittel bekommen. Beim Bundeswirtschaftsministerium geht es um 21 Prozent runter. Beim AAA um 13 Prozent runter. Beim Sozialetat, der größte Brocken, da geht es um 5 Prozent nach oben. Und beim BMZ geht es halt runter. Wieso geht es jetzt ausgerechnet beim BMZ runter, wo doch die Krisensituation in der Welt und auch die Klimaschutzproblematik in diesen Ländern so virulent ist? Insgesamt, das hat der Minister der Finanzen, Herr Scholz, auch deutlich gemacht gegenüber seinen Kabinettskollegen, ist natürlich Haushaltsdisziplin jetzt erforderlich, wenn wir nicht mehr in dieser schon sehr besonderen Situation wie in den Jahren davor sind, was die Steuereinnahmen betrifft. Und deswegen werden wir jetzt sehr genau auf Grundlage dieses Eckpunktevorstags die endgültigen Beratungen vornehmen. Dabei werden natürlich auch außenpolitische Erwägungen eine Rolle spielen. Aber ich gebe es noch mal zu bedenken, Haushaltsdisziplin über alle Ressorts ist auch eine Ansage. Herzlichen Dank. Keine weiteren Nachfragen dazu, dann rufe ich auf die Frage Nummer 17 des Kollegen Gerhard Ullrich, FDP-Fraktion, betreffend Maßnahmen der Bundesregierung auf EU-Ebene im Hinblick auf eine Reduzierung des italienischen Haushaltsdefizits. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Ja, auch da bitte eine Vorbemerkung. Die Haushaltsaufstellung ist eine Königsdisziplin, sowohl im deutschen Parlament als auch im italienischen Parlament. Und deswegen mit Rücksicht auf dieses Recht werden wir auch nicht den von Ihnen vorgeschlagenen Weg diplomatischen Druck auf den italienischen Haushalt, auf die Entscheidung des italienischen Parlaments in Bezug auf den italienischen Haushalt. Das ist nach unserer Meinung nach nicht der richtige Weg. Wir arbeiten mit unseren Partnern in Europa sehr vertrauensvoll, aber ohne Ausübung von Druck zusammen. Die Überprüfung der Einhaltung des Stabilitäts- und Wirtschaftspaktes in der EU ist nicht Aufgabe Deutschlands, sondern der EU-Kommission. Die wird dieser Aufgabe auch nachkommen, so wie sie es ja auch im letzten Jahr getan hat, und die entsprechenden Hinweise dann auch mit der italienischen Regierung beraten. Herr Kollege Ulrich, eine erste Nachfrage. Frau Staatssekretärin, wir sind eine sehr europafreundliche Partei. Trotzdem müssen wir sagen, dass aus dem, was Sie sagten, 2008, 2009, schon mal eine Staatsschuldenkrise entstanden ist, in dem wir nämlich immer allen anderen das Überwachen überlassen haben, uns selbst aber nie gekümmert haben, bis es uns am Ende auch selbst zum Teil getroffen hat. Wir in Deutschland haben einige Lehren daraus gezogen. Ob wir die richtigen in der Summe gezogen haben, weiß ich nicht. Wir müssen aber doch sagen, dass wir als größte Wirtschaftsnation in Europa schon dafür verantwortlich sind, dass es nicht sich die Sache von 2008, 2009 wiederholt. Wenn wir uns einfach nur in den Schaukelstuhl zurücklegen und sagen, die Kommission wird es schon machen, dann muss ich Ihnen sagen, wir sind Teil dieser Kommission und wir haben in besonderem Maße Verantwortung. Und ich denke, dass die Bundesregierung, wenn sie sagt, Italien wird es schon richten mit der Kommission, dieser Verantwortung einfach nicht nachkommt. Wie stehen Sie dazu? Also ich muss zurückweisen, dass ich gesagt habe, Italien wird es schon richten, sondern ich habe deutlich gemacht, gerade die Lehren aus der Krise 2008, 2009, sind eben, dass es diesen Stabilität- und Wachstumspakt gibt und dass der von der EU-Kommission auch überwacht wird. Und er wird sehr genau überwacht und es werden auch die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen. Aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich Position auch aus der FDP heraus ist, dass Deutschland über jeden anderen Haushalt in der Europäischen Union wachen soll und bei etwaigen Fehlentwicklungen dann mit diplomatischem Druck dagegen vorgehen soll. Ich glaube, bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich ein Vorschlag aus der FDP ist. Wir würden es auf jeden Fall für den falschen Weg halten, sondern der richtige Weg ist, dass es über die EU-Kommission läuft. Die beobachtet es sehr genau und selbstverständlich wird in diversen Gremien, ECOFIN und anderen europäischen Gremien, wird natürlich auch über diese Situation diskutiert. Aber die Überwachung, ich glaube, es wäre der falsche Weg, wenn Deutschland sich in diese Rolle begebe und ich glaube, es käme bei europäischen Ländern auch nicht gut an, wenn wir diese Rolle des Oberwächters übernehmen würden. Herr Kollege Ulrich, eine letzte Ihrer Nachfragen. Sicher sind wir nicht der Schulmeister und der Lehrmeister in Europa, da gebe ich Ihnen völlig recht. Nichtsdestotrotz obliegt es doch uns, auch anderen Ratschläge zu geben, was denn passieren wird, wenn wir nicht entsprechend handeln. Und wir sind doch diejenigen, die dieses Problem selbst schon hatten und deshalb auch wissen, wohin es führt. Wie sollen wir unseren Wählern erklären, wir lassen die anderen machen, was sie wollen, in einem gemeinsamen Währungsrahmen? Also ich muss es nochmal zurückweisen. Die Position der Bundesregierung ist es nicht zu sagen, die anderen sollen machen, was sie wollen und es hat keinerlei Konsequenzen, sondern ich habe es jetzt, aber ich beschreibe es gerne wiederholt. Es gibt auch aus Konsequenzen auf die Krise 2008, 2009 diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt. Es wird kontrolliert seitens der EU-Kommission, wie die Haushaltsaufstellung in den einzelnen Ländern diese Vorgaben erfüllt mit auch daraus sich ergebenden Konsequenzen, dass Haushalt dann eben auch nicht genehmigt wird. Und deswegen ist es keineswegs froh, dass alle zuschauen. Es wird auch, wie gesagt, in diesen Gremien vorab intern auch diskutiert. Aber der von Ihnen vorgeschlagene Weg, diplomatischen Druck aus Deutschland auf ein anderes EU-Land hinsichtlich dessen Haushaltsaufstellung auszuüben, das halten wir nicht für den richtigen Weg. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich rufe auf Frage 18 des Abgeordneten Thorsten Herbst, FDP-Fraktion, betreffend Abruf von Bundesmitteln für die Sanierung maroder Schulen in finanzschwachen Kommunen durch die Bundesländer. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Da muss ich Ihnen jetzt vorlesen, weil so viele Zahlen, glaube ich, dann auch entsprechend ordnungsgemäß vorgetragen werden sollten. Beim Schulsanierungsprogramm des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes belief sich der Mittelabruf zum 7. Mai 2019 auf 46,4 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anteil von 1,3 Prozent der vom Bund insgesamt in Kapitel 2 bereitgestellten Mittel. Auf die einzelnen Länder entfielen dabei folgende Anteile. Wenn Sie das jetzt addieren, gibt es eine kleine Fehlsumme, hat was mit Rundungen zu tun. Deswegen bitte ich da um Verständnis. Bayern 0,3 Millionen Euro, Bremen 1,0, Hamburg 5,7, Hessen 1,8, Niedersachsen 10,0, NRW 26,1, Rheinland-Pfalz 0,5, Saarland 0,1, Sachsen 0,1 und Thüringen 0,9. Herr Kollege Erbst, eine Nachfrage, bitte. Ja, vielen Dank. Sie sprachen ja gerade selbst den erstaunlich geringen Mittelabfluss an. Worauf würden Sie das zurückführen? Und sind unter Umständen Änderungen in der Genehmigungspraxis geplant, um den Mittelabfluss schneller zu gestalten? Denn das Bedarf besteht, ist, glaube ich, unstrittig. Ja, also wenn man das nur so hört, kann man den Eindruck haben, die Länder haben das nicht abgerufen, weil sie es nicht wollen. Das ist aber nicht der Fall. Sondern gemäß § 6 Absatz 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind die zuständigen Länder, stellen der Länder erst dann ermächtigt, die Auszahlung der Bundesmittel anzuordnen, sobald sie zur anteiligen Begleichung erforderlicher Zahlungen auch benötigt werden. Dies ist in der Regel erst dann der Fall, wenn die Maßnahmen abgeschlossen oder Teilmaßnahmen durchgeführt worden sind. Und zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass durch dieses Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und die dazugehörigen Verwaltungsvereinbarungen von August bzw. Oktober 2017 stammen. Und erst danach konnten die Länder mit der Umsetzung beginnen. Dies umfasst die Auswahl der förderberechtigten finanzschwachen Kommunen, aber auch die Verabschiedung der landesrechtlichen Umsetzungsregelungen und zuweilen die Beantragung der Projekte durch die Kommunen sowie deren Bewilligung. Also es ist immer ein Vorlauf, der erforderlich ist, damit dann tatsächlich am Ende der Mittelabruf möglich ist. Deswegen gehen wir davon aus, dass das auch jetzt deutlich ansteigen wird. Herr Kollege, Sie haben eine weitere Nachfrage. Bitte schön. Ich würde noch einmal konkret nach meinem Heimatbundesland nach Sachsen fragen. Haben Sie Informationen, wie viele Anmeldungen es von Kommunen auf Landesebene gibt und in welchem Volumen sich das im Moment darstellt? Also zu den Anmeldungen der Kommunen kann ich Ihnen jetzt hier keine Aussage treffen. Ich kann es Ihnen aber schriftlich natürlich nachliefern. Dankeschön. Herzlichen Dank. Herr Kollege Herbst, Sie können stehen bleiben, weil ich jetzt die Frage 19 aufrufe. Geänderte steuerliche Einstufung leichter Nutzfahrzeuge und daraus resultierende Steuermehreinnahmen. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Ja, Herr Herbst, da haben wir ja schon Korrespondenz dazu ausgetauscht. Es gab ja so schon eine Frage. Deswegen kann ich Ihnen jetzt heute nicht so richtig viel Neues berichten, weil die erforderlichen Zahlen oder die von Ihnen angefragten Zahlen noch nicht vorliegen, die aus dieser Überprüfung des Bestandes sich ergeben würden. Sie liegen uns noch nicht vor. Gibt es da so eine Nachfrage, nachdem die Auskunft zu erschöpfen war? Was vorliegen müsste, wäre die Zahl der bisherigen Einsprüche. Können Sie dazu eine Aussage treffen? Auch dazu kann ich Ihnen noch keine Auskunft geben, weil die Überprüfung der Steuerfestsetzungen auf der Grundlage des geltenden Rechts noch nicht abgeschlossen ist. Und erst dann sind die Zahlen möglich. Aber sobald wir sie haben, ich habe Sie da im Blick, bekommen Sie die selbstverständlich nachgereicht. Und der Kollege, Sie haben noch eine weitere Nachfrage. Bitte. Ganz kurze, können Sie ungefähr zeitlich angrenzen, nicht auf den Tag, aber in welchen zwei Monaten oder in welchem Quartal Sie die entsprechenden Informationen liefern können? Also ich weiß von den kommenden Monaten. Deswegen will ich mich jetzt ungerne auf ein bestimmtes Datum festlegen. Die kommenden Monate können auch unendlich sein. Herzlichen Dank. Es gibt dazu keine weiteren Nachfragen. Die Frage Nummer 20 des Abgeordneten Stefan Schmidt wird schriftlich beantwortet. Ebenso die Frage Nummer 21 des Abgeordneten Stefan Schmidt. Die Frage 22 des Abgeordneten Mayomiruf wird schriftlich beantwortet. Die Frage Nummer 23 des Abgeordneten Markus Herbrandt wird schriftlich beantwortet. Ebenso die Frage Nummer 24 des gleichen Abgeordneten. Damit verlassen wir den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen. Frau Staatssekretär, herzlichen Dank. Ich rufe auf für ganz wenige Fragen, wahrscheinlich nur für eine, den Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat. Zur Beantwortung steht bereit der Herr parlamentarische Staatssekretär Stefan Mayer. Die Frage 25 des Abgeordneten Konstantin von Notz wird schriftlich beantwortet. Deshalb rufen wir jetzt auf die Frage 26 der Abgeordneten Eva-Maria Schreiber, Fraktion Die Linke, betreffend Errichtung einer permanenten Polizeiwache auf dem Kulturfestival Fusion. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Frau Kollegin Schreiber, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Nein, der Bund beabsichtigt nicht, sich in den Sachverhalt einzuschalten, da die Sicherheit der Veranstaltung in die alleinige Zuständigkeit der Landespolizei Wecklingburg-Vorpommern fällt. Die Bundesregierung ist nicht mit Kulturkosmos e.V. bzw. dem Festival Fusion befasst, denn es handelt sich bei dem Festival um eine Veranstaltung in Länderzuständigkeit, eine Bewertung der Aktivitäten des Kulturkosmos e.V. ist daher nicht möglich. Das Festival hatte lediglich im Jahr 2006 von der Kulturstiftung des Bundes im Rahmen ihres Fonds zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements in den neuen Ländern, dem Fonds Neue Länder, eine Förderung erhalten. Die Bundesregierung war am Zustandekommen dieser Förderung, deren Entscheidungen in unabhängigen Stiftungen jedoch nicht beteiligt. Ich sehe eine Nachfrage. Frau Kollegin Schreiber, bitteschön. Das Fusion Festival findet seit über 20 Jahren völlig reibungslos statt. Die Anwohnerinnen und Anwohner unterstützen den Veranstalter im Anlegen. Der Bürgermeister hat zur Forderung nach sogenannter anlassloser Bestreifung gesagt, hier wird ein fiktives Bedrohungsszenario aufgebaut, das es gar nicht gibt. Und 125.000 Menschen haben bisher eine Petition unterzeichnet, in der sie sich ebenfalls gegen anlasslose Polizeipräsenz auf friedlichen Kulturveranstaltungen aussprechen. Hält die Bundesregierung es angesichts dieser Tatsachen unter europaweiten Strahlkraft des Festivals für Weltoffenheit und Toleranz für ein gutes Signal, wenn nun aufgrund fragwürdiger Bedrohungsszenarien vonseiten der Polizei das Ende droht und Mecklenburg-Vorpommern sein größtes Kulturenfeld verliert. Sehr verehrte Frau Kollegin Schreiber, ich muss noch einmal ausdrücklich betonen, es handelt sich bei diesem Kulturfestival und auch den damit in Zusammenhang stehenden Sicherheitsmaßnahmen um eine ausschließliche, reine Länderzuständigkeit. Der Bund hat mit diesem Kulturfestival Fusion in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt nichts zu tun, sodass sich auch die Frage, inwiefern ein Sicherheitskonzept zu erstellen ist und vor allem auch, wie dieses Sicherheitskonzept für diese Großveranstaltung, ich habe zur Kenntnis genommen, die doch von ungefähr 70.000 Besuchern wahrgenommen wird, erstellt werden soll, entzieht sich der Kenntnis der Bundesregierung und eröffnet sich auch gar nicht für eine Bewertung der Bundesregierung. Ja, Frau Kollegin Schreiber, Sie dürfen jetzt eine letzte Nachfrage stellen, bitte. Eine Frage, die sich tatsächlich hoffentlich Ihrer Kenntnis nicht entzieht. Der ehemalige Leiter des zuständigen Polizeiinspektion Neubrandenburg war bis 2015 verantwortlich und äußerte jüngst, dass in vergangenen Jahren jederzeit die Versorgung mit Feuerwehr und Rettungskräften auch der Zugang zum Gelände für die Polizei ausreichend gewährleistet war. Und der jetzt geltend gemachte Anspruch von Polizeipräsident Hoffmann-Ritterbusch, auf dem Gelände eine Polizeiwache einzurichten, hält er für grob fahrlässig. Pro Jahr gibt es etwa ein oder zwei gemeldete Gewalttaten. Und Hoffmann-Ritterbusch bezieht sich auf bundesweite Sicherheitsstandards, die er damit einhalten möchte. Und wo in welcher Form sind diese bundesweiten Sicherheitsstandards schriftlich festgehalten, auf die sich dieser Polizeipräsident in den Verhandlungen beruft? Herr Staatssekretär, bevor Sie antworten, Frau Kollegin, die Zuständigkeitsfrage ist geklärt. Diese Frage müsste die Linke sinnvollerweise im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern stellen. Herr Staatssekretär, ich erlaube Ihnen, das zu beantworten, aber nach wie vor will ich noch mal sagen, die Zuständigkeitsfrage ist zweimal deutlich dem Land Mecklenburg-Vorpommern zugewiesen worden. Herr Staatssekretär. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Frau Kollegin Schreiber. Ja, ich möchte noch mal ausdrücklich betonen, es geht hier ausschließlich um eine Veranstaltung, für die die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist. Die Bundespolizei hat mit dieser Veranstaltung, mit diesem Kulturfestival Fusion, der veranstaltet von der Organisation Kulturkosmos, überhaupt nichts zu tun. Auf welches Sicherheitskonzept sich der ehemalige Leiter der Polizei hier bezieht, entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt aber hier keine Vorgaben des Bundes, wie eine Landesveranstaltung durch die jeweilige Landespolizei durchzuführen bzw. zu sichern ist. Auch die Frage, ob es notwendig ist, dass auf dem Veranstaltungsgelände eine temporäre Polizeiwacht zu erstellen ist, ist keine Frage, die die Bundespolizei bzw. die Bundesregierung zu bewerten hat. So, eine letzte Zusatzfrage hat die Kollegin Gohlke, Fraktion Die Linke, und dann beenden wir die Fragestunde. Vielen Dank. Dann will ich nur noch mal nachfragen, ist es denn dann auch ausgeschlossen, dass es eventuell bei einem Polizeieinsatz, der dort zumindest in Szenarien schon vorgespielt oder überlegt und durchdacht wird, dass es dann da auch zu einer Beteiligung mit Bundesmitteln oder mit der Bundespolizei kommt? Schließen Sie es dann damit aus, weil Sie jetzt die ganze Zeit sagen, es ist eindeutig in der Länderzuständigkeit. Sehr verehrte Frau Kollegin Gohlke, noch mal für alle klar, deutlich gemacht, es geht um eine Zuständigkeit, um eine klare Zuständigkeit des Landesverkehrs in Bad Vorpommern. Sollte es im Rahmen der Durchführung dieses Festivals zu einer Großschadenslage kommen, dann würde natürlich die Bundespolizei auf Anforderung, wohlgemerkt, Kräfte mit entsenden. Aber es sind von vornherein keine Kräfte der Bundespolizei vorgesehen für die Durchführung dieser Veranstaltung, dieses Kulturfestivals. Es werden auch von vornherein keine Bundespolizeibeamtinnen und Beamte zugegen sein. Für den Fall, dass es natürlich, was hoffentlich nicht eintreten wird, zu einem größeren Einsatzszenario käme und die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern die Bundespolizei ersucht, mit hinzuzukommen, würde sich die Bundespolizei diesem Ersuchen natürlich nicht verweigern. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Damit schließe ich die Fragestunde. Alle nicht behandelten Fragen werden wie immer schriftlich beantwortet. Ich rufe damit auf den Zusatzpunkt aktuelle.